Hallo Freunde von Stoff4U, euer Zwirni mal wieder mit den glücklichen Gewinnern des Stoffe-Blogs. Ein 25 Euro Gutschein sichert sich das liebevoll gestaltete Cosplay-Kostüm aus Universalstoff. Der Kundin fiel die Farbauswahl für das tolle Stück schwer, doch bei unserem Allround-Stoff-Talent wurde sie fündig. Der 50 Euro Gutschein geht an den Bezug für die Kuschelecke von Michaels Terrasse. Aus unserem extra starken Segeltuch ist eine wundervoll gemütliche und natürlich wirkende Wohlfühloase entstanden. Wir sind sicher, dass er den Gutschein für weitere Projekte gut einsetzen kann. Und ein 100 Euro Einkaufsgutschein geht an das Spitzenoutfit, das unsere Kundin zum Anlass des Geburtstages ihres Vaters genäht hat. Unsere Blumenspitze Deluxe war ihr dabei Freund und Helfer. Und das Outfit garantiert der Hingucker auf der Party. Und jetzt seid ihr dran! Schickt uns Bilder eurer Kreationen aus unseren Stoffen. Jeder veröffentlichte Beitrag wird belohnt. Und ihr erhaltet ebenfalls die Chance auf einen der drei Monatsgewinne. Bis zum nächsten Mal! Euer Zwirni UERN Was мне? UERN UERN US ele UERN UERN